Hallo liebe Freunde der Zillertal-Arena. Wie ihr euch sicher erinnern könnt, haben wir am Anfang der Saison den Schneetanz gemacht. Heuer haben wir vielleicht ein bisschen zu viel getanzt und deshalb müssen wir jetzt wohl eine Runde zurückdrehen. Ab morgen gibt es dann traumhaftes Wetter, wunderbare Verhältnisse und wir freuen uns schon auf euren Besuch in der Zillertal-Arena.